Hallo und herzlich willkommen an deinem ersten Tag als Elektronikerin für Betriebstechnik. Wir sind hier beim Bayernwerk und da unten sind auch schon unsere beiden Azubis, die dir heute ihre Ausbildung vorstellen. Hallo, mein Name ist Maxi. Ich bin die Vanessa und zusammen machen wir eine Ausbildung bei Bayernwerk als Elektroniker für Betriebstechnik. Und wir zeigen dir heute unser Ausbildungszentrum. Los geht's! ElektronikerInnen für Betriebstechnik installieren und überwachen Anlagen für die elektronische Energieversorgung. Dafür üben Vanessa und Maxi in der Lehrwerkstatt erst einmal an verschiedenen Aufbauten. Schaltlinne lesen, Baugruppen montieren, elektronische Werte messen. Hier lernen die beiden alle wichtigen Grundlagen der Elektrotechnik. Für die Azubis ist erstmal eine kleine Pause angesagt, aber dir kann ich ja schon einmal erzählen, dass die Ausbildung nicht nur handwerkliche und elektronische Komponenten hat. Neben dem Verlegen von Leitungen und dem Zuschneiden von Bauteilen, lernst du auch IT-Grundkenntnisse. Immerhin musst du später auch wissen, wie Anlagen richtig programmiert und Fehler behoben werden können. Von der Theorie geht es jetzt in die Praxis. Vanessa darf ihren Kollegen schon in der Ausbildung bei Außeneinsätzen im Umspannwerk begleiten. ElektronikerInnen für Betriebstechnik sind oft für Außeneinsätze unterwegs. Sie sind dafür verantwortlich, die Anlagen zu kontrollieren, zu warten und gegebenenfalls zu reparieren, wenn Probleme auftauchen sollten. Vanessa und ihr Kollege führen hier eine Messung durch. Damit dabei nichts passiert, hat sie in der Ausbildung bei den nötigen Sicherheitsunterweisungen auch alles über spannungssichere Schutzkleidung und deren Anwendung gelernt. Sicherheit hat in diesem Beruf absolute Priorität. Gut, das haben wir jetzt richtig gut gemacht. Jetzt haben wir unsere Jacken aus, fahren wir auf die nächste Baustelle. Für diese beiden geht es jetzt zum nächsten Einsatzort und für uns ist heute Schluss. Wir hoffen, du hast jetzt einen guten Eindruck von der Ausbildung als ElektronikerIn für Betriebstechnik beim Bayernwerk. Tschüss und bis zum nächsten Mal.